Aber okay, alles klar. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Junge Dame, machen Sie doch nicht sowas mit mir. Entschuldigung, ich hab auf den falschen Knopf gedrückt. Es tut mir leid. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen, ne? Guten Tag. Oh, Kraftstoff ist da. Kraftstoff ist da. Guten Tag, Elon. Machen Sie es gut. Entschuldigung. Police Officer? Haben Sie auch einen wunderschönen Tag? Ähm, okay. So. Okay. Ja gut, okay. Kann ich vielleicht noch ein Regal kaufen? Oh, no, Momento, por favor. Einrichtung. Regale. Okay. Aha. Oh. Interessant. Okay, lasst uns mal schauen. Lager. Äh, äh, äh. Wo war denn das? Lieferung. Oh, nö. Jetzt ist das alles weg. Ich krieg einen Föhn. Aber, in der Wüste, ich denke, die Leute würden sich über einen kleinen Dings freuen und über etwas Zigarettentechnisches. Und dann holen wir ein bisschen Eis und Zigaretten. Die guten, günstigen. Dann nehmen wir zweimal. Und dann nehmen wir auch zweimal. Das sind dann 20. Und Eis. Hier. Zweimal und zweimal. Ja. Sehr schön. 110 haben wir. Dann können wir noch mal Essen holen. Äh, da nehmen wir die. 170. Und dann nehmen wir einmal die. Oh, ich krieg einen Föhn. Warum hab ich denn nicht genug Platz? Oh, äh. Jetzt haben wir genug Platz. So, guten Tag. Guten Tag. So. Na, das wird ja ein süffiges Abendchen, ne? Schönen guten Abend, die Dame. Äh. Sehr schön. Das funktioniert. Das freut mich. Wo hat eigentlich der kleine Pisser von? Hier. Oh, da hat der Vogel, wird doch mit der Hund hingeschissen. Hättest du fast gesagt, du, ne? So, der hat ihn mal da. Und wo war's noch? Der hat doch hier irgendwo noch hingedruddelt, ne? Oder ich hab ihn rechtzeitig noch bekommen. So, äh. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss nur kurz den Müll wegbringen. So, wunderbar. Wunderbärchen. So. Oh, sie hatten ja ein paar Muskeln. Das hat bestimmt... Und ihre Frisur, du. Das ist ja wahnsinnig. Machen sie's gut, ne? Du, machen sie's gut. Regale. Schmolze. Was? Regale. Ja, bitte. Äh. Tobacco. Einmal da. Oh, ne, ich hab... Äh, warte mal, warte mal. So, und dann haben wir hier noch Eis. Das stellen wir einfach hier hin. So. Okay, super. Die Lieferung ist da. Ja, ich bin doch schon da, Junge. So, guten Tag. Komm rein, komm rein. Ach, höre auf. Das ist schon wieder so. Ne? Was ist denn jetzt sexy, Chad? Was stimmt denn mit euch nicht? Ach, komm schon, komm schon. Ach. Sehr gut. So. Dadel, du. Ach so, ich muss ja warten, ne? Der fährt einfach mit der Tür. Naja, okay. Äh. Ich kann das Tor nicht zumachen. Warum? Jetzt, schnell raus, schnell raus. Was ist denn hier los? Ach so. Ich hab keine Miros. Okay. Lassen wir das erst mal. Hallöchen, junge Dame. Schöne, doch. Machen Sie es gut, ne? Guten Abend. Kommt. So. Ähm. Einmal das. Und hier. Einmal das. Oh, nein. Ähm. Okay. Okay. Guten Abend. Sehr schön. Machen Sie es gut. Beehren Sie uns bald wieder. Ähm. Hulk Hogan. Sehr schön. Also, wir kommen auf jeden Fall gut voran. Das freut mich. Und, ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Besser, besser kann unsere Tankstelle nicht laufen. Und, ähm. Ja. Also, da wird unser Onkel wohl auch sehr stolz auf uns sind. Meine Schicht ist bald zu Ende. Ne? Ich muss ja immer Tagesschichten machen. Machen Sie es gut, ne? So. Ich muss immer Tagesschichten machen. Und das gefällt mir zwar nicht so. Also, ich arbeite immer mehrere Tage durch. Und dann, äh, ja. Höre ich halt auf. Und, ähm. Ja. Das ist halt so, ne? Also, was soll ich sagen? So, dann werden wir mal gucken. Ach, da kommt schon wieder. Schönen guten Tag. So können Sie bitte. Danke. Machen Sie es gut. Oh, das ist Meister. Das kann ich nicht. Oder? Sorry. Ich war nicht dran. Du kannst dich einfach Feierabend machen. Ja, doch. Ja, was denn? Kuriose Leute. Gehen Sie aufs Klo. Ich komme hinterher. So. Was kann ich eigentlich hier machen? Nichts. Nice. Der geht aufs Klo und sagt nice. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Diese Uhr. Ich muss die Uhr wegmachen. Möchten Sie vielleicht ein Eis oder so? Das haben wir im Angebot gerade für 1,50 Mark. Das ist das gute Ad von Schleck. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Tschau. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen pinseln. So, schauen wir mal. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Oh, nee, du, nee, du. Höre auf, höre auf. Tu es abbrechen. Ach, das ist doch kacke. Kunde an Kraftstoff. Ich möchte auch kein Maler werden, Chat. Also. Schönen guten Abend, die Dame. Der Chat ist heute wieder unmöglich. Zweifelt an meinen Fähigkeiten. Ja, sie finden es aber gut, ne? Ja, das freut mich. So, jetzt muss ich den Klatteradatsch hier wieder ändern. Ach, Mann. Machen Sie es gut. Ne, tschau, tschau. So. Ich wollte nur das Fenster streichen. Aber irgendwie kann man das Fenster nicht streichen. Habe ich jetzt die Farbe? Ne, ich habe die andere Farbe, ne? Oder? Welche Farbe habe ich? Doch, ich habe die richtige Farbe. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Richtig. Hallöchen, na? Schön, dass Sie uns besuchen kommen. Hier an meiner zittrigen Tankstelle. Komm schon. Machen Sie es gut. Guten Tag. Was gibt es denn bei Ihnen? Oh, Zigaretten. Und Popcorn. Und was zu essen. Und noch was zu essen. Und nochmal Zigaretten. Ach so, dürfte ich mal den Ausweis sehen. Dankeschön. Okay, alles gut. Super. Machen Sie es gut, ne? Machen Sie es gut. Okay, Zigaretten haben wir nicht mehr. Okay, super. Sehr, sehr schön.